Die sich ja später zugeschaltet haben hier bei CastorTV. Auf dem Hinweg wurden wir schon bei der Anreise gestoppt, ungefähr neun Busse, aber alles recht freundlich und gechillt. Wir mussten alle aussteigen, dann durften wir uns so ein bisschen, sind dann Polizisten durch den Bus gegangen, ob da irgendwelche gefährlichen oder verbotenen Gegenstände drin sind. Ja, und dann konnten wir wieder einsteigen und weiterfahren. Das Ganze hat so circa eine Stunde gedauert, hatte ziemliches Verkehrschaos da ausgelöst. Ja, und jetzt gehen wir mal Richtung Hauptbahnhof hier weiter. Jetzt kommt noch ein bisschen Tempo auf. Ja, und wie gesagt, Leute, am Chat kann ich leider nicht teilnehmen. Das ist ja alles im Sack sozusagen. Wenn irgendwelche Fragen sind oder so, guckt im Netz, guckt bei Twitter. Irgendwie kommt jetzt Bewegung rein. Polizeigruppen treten sich hier gegenseitig in den Hacken, weil es mit dem Gleichschritt, das haut noch nicht so ganz hin, ja, aber irgendwann wird es schon, jetzt klappt das mit dem Gleichschritt und die Leute treten sich nicht mehr in die Hacken. So, dann gehen wir mal ein bisschen mit nach vorne, mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Jetzt ruckelt und wackelt das so ein bisschen. Ihr wisst ja, das ist wie so ein Herbentrieb. Wenn einer läuft, laufen sie alle, ja, und dann laufe ich doch glatt mit. So, ich记te das, das ist nicht da. So, wenn Sie, dass ich überhaupt nicht draufzesseuche, wenn Sie hierhin selbst wurden, dann einfach bis jetzt streite. So, erzählen wir das ja, und dann gehen wir mal an, jetzt mache ich weiter ein bisschen proik erschlック. So, haben Sie jetzt mal so das Verb wünschen? also auch schon если wir uns da, Das war's mal mal so etwas. Vielen Dank.